Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten Weiß, der Geiermann und du dieses Video gerade schaust, willkommen bei uns auf dem Kanal. Mein Name ist Steve. Ich bin der Benni. Und wir spielen für dich Under. Video Headphones for Better Experienzer. Puh. Ja, wir sind im Zweiten Weltkrieg. Okay. Und wir hocken in den Bunker. Dezember 1941. Nicht der beste Zeitraum. Nee, 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 nee. So, komm mal. Erstmal aufrappeln hier. Oh, was war denn los? Wo sind dann alle hier? Siegfried! Harald! Was? Wer ist everyone? Ja, lass uns doch hier das, äh, erstmal die Repertiere hier mitnehmen noch, irgendwie. Scheinbar spielen wir einen Amerikaner, glaub ich, worauf ich komme, weil er Englisch spricht. Wer ist everyone? So, ja, Benni, kennst du das Spiel? Sagt dir das noch irgendwas? Nee. Also jetzt mit dem Zweiten Weltkriegsszenario und allem drum und dran und anderen? Nee, überhaupt nichts. Ist gar nichts. Ist ja ein neuer Teil hier von Medal of Honor. Medal of Honor Under. Oh, hier ne Tommy. Oh, take it. Ah, Mann, warum nicht? Ist er noch weiter? Oh, Inspector Hatch. Okay, hier sind also alle seine Kameraden durch und du bist der Letzter. Aber wie kann ich es öffnen? Tja. Vielleicht mal Groba? Würde ja alles geben, was einen längeren Hebel hat, oder nicht? Ja. Dann nehmen wir die Waffe. Der Groba, das funktioniert nicht. Ja, Kinder, probiert bitte niemals irgendwie eine Bodenluke mit eurer Tommy Gun zu öffnen. Das ist nicht gut. Don't write this at home. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn das hier? Ist das ein Haus? Ist das ein Bunker? Wo sind wir denn hier? Was ist denn das für ein Konstrukt? Ist das wirklich ein Bunker? Also, oder ist das eher ein Turm? Naja, das sieht so... Das sieht eher Bunkermäßig aus, wirklich. Oh, das ist ein, das meint, wo ist vielleicht. Only, wo ist nächstes? Ja, das ist wohl wahr. Oh, wunderbar, hier ist ein Zettel. Okay. Spekt. Das ist verrückt. Der Sound der Schäufe und die Menschen, die die Schäufe, wird durch Silenz verwendet. Da ist etwas falsch. Es ist einfach... ...quiet. Okay. Kuh mit Stop Reading. Das ist auch mal was Exotisches. Schön. Kann man machen. Ja, wie gesagt, das sieht aus wie ein Stollen, nicht wie ein Haus, oder was? Also, das... Was ist gerade passiert? Hat wir gewonnen? Ist es vorbei? Wir sind übrigens Julio. Julio? Julio, ja. Was ist das? Der ist Mexikaner. Mexikaner? Ja. Okay. Was war das? Ist es Franz? Oh, ein Helm. Na, das ist doch... Moment mal. Das sieht mir doch ein bisschen... Ist das so eine Rohre schon verbaut worden? Das ist doch Arizona-Blau, das sieht doch sofort. Arizona-Blau. Oh, ist das nicht nix? Sollen wir da graben? Oh, ich hoffe nicht. Musst weg. Okay. Musst du eigentlich die Taschenlampe... Ist die immer an, oder musst du die anmachen? Nee, die ist tatsächlich an, aber halt scheiße. Okay. Schlicht und ergreifend. Was ist denn das? Ich weiß nicht, wie es... Bewegt sich halt? Er doch, ja. Der Schatten. Irgendwas? Bestimmt die Oka-Päume. Irgendwas weht im Wind. Oder auch nicht. Wo ist der? Ist das mein Comrade? Oder ist das der Enemy? Hm? Okay. What? Watt denn, watt denn, watt denn, alter. Watt denn. Warum... Ah, können sie mich da runter, oder wat? Müssen wir jetzt da runterlaufen? Äh... Ja. Also, können wir denn hochlaufen? Wie kann man ja auch her, die, wa? Irgendwie geht ja bloß abwärts. Let's go down, baby. Ja, was suchen wir jetzt nach... Super. Achso. Okay, da geht's weiter. Aber suchen wir jetzt irgendwas? Also, haben wir jetzt... Wir brauchen irgendwas, womit wir anscheinend diese... Die Luke da aufmachen. Ach ja, die Luke. Stimmt. Hab ich schon wieder was vergessen, siehst du? Oh Gott! Was bist du denn? Was war denn das gerade, alter? Warum? Er läuft jetzt gerade von alleine. Was? Er ist jetzt gerade von alleine einfach gelaufen. Was war denn... Meine Güte. Hier geht's... Nie, von hier geht's... Ach man, das verliere ich aber in Schnee hier gerade die... Die Orientierung hier, mein Freund. Achso, hier ist einfach nichts. Wow. Ach, wir finden hier irgendwas... Nehmen wir mal hier lang. Hallo! Komisches Ding. Oder es ist nur ein Massaker von Menschen, die sich nicht kennenlernen. Ah, hast du recht. Also, da sind die seltenen Erkennung, die jetzt kommen. Ich meine, das ist doch... Loading. Ja, wo geht's los? Achso, das Areal hat dann nur ihr Laden jetzt. Okay. Naja, ist halt so ein Open World Titel, den wir jetzt hier gerade spielen. So, oh, was haben wir hier? Pick up the bomb. Okay, cool. Wir gehen jetzt aber... Wir versuchen jetzt doch nicht, die Luke mit einer Bombe zu öffnen, oder doch? Wir versuchen jetzt, die Luke mit einer Bombe zu öffnen, genau. Exakt das ist, was wir jetzt tun. Wir... Warum? Na, äh... What the hell is that? Ja. Wurde ist das? Wiss ich nicht. Das ist ein Delfin. Kann ja nur ein Delfin sein. Aber... Mal blöcke gefragt, warum... Warum hat denn der jetzt bei der... Bei der Zwischensequenz jetzt, äh, überhaupt Klagen? Also... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Lauf ich jetzt schon wieder falsch rum? Ne, noch bist du richtig. Sicher? Ja. Jetzt musst du runter. Damit du wieder zu Luke... Damit du zu Luke kommst. Zu Lucky Luke. Luke Bichon? Noch tiefer wach? Äh, das weiß ich nicht. Ne, müssen wir? Ist hier nicht die Luke? Ne, komm nicht. Ne, die Wald. Oder? Ist hier ganz unten? Ne, ich hab keine Ahnung. Ich bin euer... Also ich hab jetzt auch gerade keine Orientierung mehr. Aber geh ruhig erst mal ganz unten. Das war... Geh mal ganz unten. Du könntest sogar recht haben, dass wir hier richtig sind. Weil, macht ja Sinn. Hey, hey. Ganz unten, ne? Das ist ja irgendwie schon, ne? So. Und? Okay. Und wir escapen. Finalmente escapit. Comrade, wake up, comrade! Oh. Where am I? What are you saying? You got unconscious. Look. We are winning. Winning? Yes. The enemies are retreating. Let's go. I'm excited to go home. It's him alive. Oh. Comrade? No! Get to the chopper! Oh Gott. Only the dead have seen the end of war. Plato. Ja! Das war Ander. Kann ich nicht zu sagen. Ja, wirklich. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ja, oder? Also etwa, äh, was... Ich hab, äh... Ja. Wenn ihr euch gefeinigt habt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, ihr Lieben. Und wir sehen uns, äh, demnächst zu einem neuen, fantastischen Projekt auf diesem Kanal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Und wir sehen uns, äh, demnächst zu einem neuen, 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 äh, demnächst